Hallöchen, ja ich bin das Vincent Selling, woher kommen wir aus dem wunderschönen Hanau. Manche kennen mich vielleicht auch aus dem Fernsehen. Ich stehe seit sieben Jahren hauptberuflich vor der Kamera und hätte heute eine richtig tolle Idee und zwar den tristen Alltag bei der Corona-Krise ein bisschen zu verschönern, würde ich gerne bei Familien zu Hause, die einen Garten haben oder ein größeres Gelände, den Osterhasen spielen. Dafür möchte ich kein Geld haben. Ich möchte gerne einfach einen Umschlag, steckt eine Spende rein und dieses Geld würde ich dann gerne an die Straßenengel spenden, weil ich unterstütze die selber schon seit langer Zeit, kenne die Sabine ganz gut und dachte, mach doch mal irgendwas, wo die Leute auch was zum Lachen haben, was lustig ist. Ihr seht, ich habe eine Maske, die habe ich mir aus dem Ausland mitgebracht, die Hände sind zu, der Anzug ist geschlossen. Also, was soll passieren? Ich habe auch schon ein paar Supermerkte angeschrieben, die auch Interesse daran haben, also könnte man da auch noch eine tolle Aktion draus machen. Alles klar, ich hoffe, ich durfte das hier posten. Also, meldet euch einfach, private message. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Hier war das Vincent der Link. Ciao!